Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom LS22. Heute beginnt mal die Heuernte. Also zuerst kaufe ich mal Landmaschinen. Dann gehe ich mal zum Shop. Also zuerst kaufe ich mal das passende Mähwerk. Ich nehme den selbst war, Mähwerk geht schnell zum Mähren. Nehme ich mal den hier den Krone. Ja natürlich mit Kennzeichen. Ich weiß was ich schreibe. Und zwar so, mehr Kohle. Ja ich brauche immer mehr Geld zum verdienen. Gut dann werde ich es mal kaufen. Und jetzt noch den passenden Zeta. Welchen soll ich nehmen? Den habe ich schon mal gekauft und den hier auch. Ich kaufe den Pöttinger. So und jetzt noch den Schwader. Ja solche Schwader habe ich schon mal gekauft. Soll ich den hier nehmen? Auch nimm den hier. Ja. Wäre noch besser, wenn meine Arbeit schneller läuft. Also ja damit ich früh fertig bin. Nimm ich den hier. So dann kaufe ich mal die Ballenpresse. Also Videos über den Ballenpresse habe ich schon mal gemacht. Könnte ich doch Quader Ballenpresse kaufen. Also den habe ich schon bei Hauptbälderrand gekauft. Weißt du was ich nicht mag den Glas. Kaufe mir nur den passenden Glastraktor. Also ich habe schon öfters Aufträge gemacht durch Ballenpressen zum Geld verdienen der Landwirte. Dann wäre es besser, wenn ich noch einen Ballenwicken kaufe. Und zwar den hier. Welche Folie Farbe soll ich nehmen? Ich nehme schwarz. Den kaufe ich auch. Und natürlich einen Ballensammwagen. Damit die Arbeit schneller vorangeht. Da brauche ich gar keinen Frontlader. So jetzt noch die Traktoren. Mal sehen welche mit den Grosstraktoren ich kaufen soll für den Zeta. Welche ich nehme. Ich könnte auch diesen Deutschen nehmen, oder? Ja, kaufe ich den hier. Und jetzt noch der Pass für den Schwader. Nimm ich noch einen großen Traktor, habe ich das Gefühl. So viele Grossraktoren habe ich. Also ich meine beim Lampmaschinenhändler. Ich nehme mal den John Deere. Den habe ich ja gar nicht. Ach, ich nehme mal den hier. Ich habe noch genug Geld. Wer hätte das gedacht? Da könnte ich noch einen Traktor kaufen für den Ballenpressen. Da könnte ich doch den passenden Glastraktor kaufen. Dann muss ich ihn nicht immer an- und abkoppeln. Zur Abwechslungweise. Ja. Ich nehme den passenden Glastraktor. Den nehme ich. Dann schauen wir die Maschinen mal an. Oha. Was für eine Flotte. So, da fahre ich mal los. So, da bin ich angekommen. Dann mache ich mal die Aufträge der Landwirte. Also ich bin schon bei Fert 18 und 19. Dann mache ich Fert 18. Ah, da mache ich Silageballen. Da brauche ich die Z-Wände nicht. Nur bei Heuballen. Betrag angenommen. Und los geht's. Dann beginnen wir das Vollerprogramm. Mähern, Schwaden, Pressen, Wickeln und Aufsammeln. Also los geht's. Also los geht's. Also los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 So, fertig aufgesammelt. Nun geht's zur Biogasanlage. So, da wären wir. Also in der Biogasanlage braucht man gar keinen Frontladen und das zeige ich euch jetzt. Man kann einfach so an den Bunkerrand fahren und dann, wenn die Colorballen abgesetzt wird automatisch verkauft. Seht ihr, schon geht es weg. Feld 18 abgeschlossen. Da hängen noch zwei. So, zwei Colorballen sind schon verschwunden. Ich habe mir den Traktor einen Schubs gegeben, damit sie in den Bunker fallen. Also ich finde es wirklich klasse, dass zwei restlichen Ballen verkauft werden. Das finde ich wirklich gut. Dann fahre ich wieder zurück ins Feld. So, da sind wir schon wieder zurück. Ich habe die Lampmaschinen rein und vorgepackt. Und das mache ich mit dem Fahrstag auch. Wenn der Vertrag schon abgeschlossen ist, dann auf Abschließen klicken. Und schon bekommt man Geld. So viel habe ich. Gut, dass ich über 2 Millionen Euro gereicht habe für alle Landmaschinen. Wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte ich ein paar gemietet. Haha. Tja, ich bin immer sparsam. Und mal sehen, wenn wieder das nächste LS22 Video kommt. Also nächstes Jahr. Also wenn euch das Video schon gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten LS22 Video. Also dann ciao, euer GamerChannel.